Machen Sie mit Ihren Kindern Urlaub in Genua? Hallo, ich bin Andrea von discovergenua.com und in diesem Video erzähle ich Ihnen, was meiner Meinung nach die 10 Dinge sind, die Sie in Genua mit Ihren Kindern unternehmen sollten. Nummer 1. Die Stadt der Kinder. Als Kind war das mein Lieblingsort. Es ist ein Ort, an dem Ihre Kinder auf spielerische Weise etwas über Wissenschaft und Technologie lernen können. Es ist ideal für Kinder von 2 bis 12 Jahren. Nummer 2. Das Aquarium von Genua. Nun, wer kennt nicht das Aquarium von Genua? Es ist zum Symbol der Stadt geworden und ist eine der beliebtesten Kinderattraktionen. Hier können Sie Delfine, Haie und Pinguine beobachten und sogar Stachelrochen anfassen. Nummer 3. Die Biosphäre. Neben dem Aquarium können Sie eine riesige Kuppel aus Glas und Stahl betreten, in der Schildkröten, Piranhas, Insekten und bunte Vögel leben. Sie werden das Gefühl haben, in einen tropischen Wald eingetaucht zu sein. Nummer 4. Die Galeone. Gleich neben dem Aquarium befindet sich die Piratengaleone. Es ist kein Original, sondern eine originalgetreue Nachbildung aus den 1960er Jahren. Es ist der perfekte Ort für Ihr nächstes Familienfoto. Nummer 5. Das Meeresmuseum. Lassen Sie sich von dem Begriff Museum nicht täuschen. Es ist viel mehr als ein Museum. Zusammen mit Ihren Kindern werden Sie viele interaktive Erlebnisse haben. Sie werden an einer Galere aus dem 17. Jahrhundert vorbeigehen und Sie können versuchen, das sehr schwere Ruder zu bewegen. Außerdem werden Sie entdecken können, was die Menschen aßen und wie das Leben an Bord war. Mein Lieblingsteil ist die Ausstellung im obersten Stockwerk. Hier können Sie mit einem gefälschten Pass die Reise unserer Vorfahren nach Amerika nacherleben. Das ist wirklich spannend. Nummer 6. Das U-Boot. Neben dem Meeresmuseum können Sie das meistätische U-Boot Nazario Sauru bewundern. Hier erfahren Sie, wie die Besatzung eines echten U-Boots lebte. Sie können mit der Steuerung umgehen und etwas über die nautische Umgebung lernen. Nummer 7. Der Bigo. Ebenfalls im Bereich des Alten Hafens, nur wenige Schritte vom Meeresmuseum entfernt, befindet sich der Bigo. Ein Panoramalift, der einen 360-Grad-Blick über den gesamten Hafen von Genua bietet. Im Inneren angekommen, fährt der Aufzug bis auf 40 Meter Höhe hinauf, von wo aus Sie einen atemberaubenden Ausblick genießen können. Auf der einen Seite die Stadt, auf der anderen Seite der Alte Hafen und das Meer. Nummer 8. Die Züge Pipo und Pipetto. Sie sind die perfekte Wahl, um die schönsten Plätze der Stadt zu besuchen und ihre Kinder zu unterhalten. An Bord haben Sie die Möglichkeit, die wichtigsten Denkmäler und Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, darunter Piazza del Ferrari, Via Garibaldi und die Altstadt. Nummer 9. Das Naturhistorische Museum. Etwa 300 Meter vom Bahnhof Genua Brignole entfernt, befindet sich eines der faszinierendsten Museen unserer Stadt. Das Naturhistorische Museum beherbergt mehr als 3 Millionen Exemplare von Tieren und Pflanzen, die von den großen Entdeckerkapitänen nach Italien gebracht wurden. Es gibt viele Tiere zu sehen, darunter Löwen, Panther, Adler, Elefanten und sogar das Skelett eines etwa 20 Meter langen Wals. Nummer 10. Der Abenteuerpark Rigi. Wenn Sie Lust auf Abenteuer haben, sollten Sie sich nach Rigi begeben, das auf den Höhen von Genua liegt. Hier können Sie von Baum zu Baum klettern, sich von Flaschenzügen transportieren lassen und in aller Sicherheit ein abenteuerliches Erlebnis genießen. Okay, das waren meine 10 Tipps. Welches sind Ihre? Schreiben Sie sie in die Kommentare unten. Und wenn ich Sie überzeugt habe, nach Genua zu kommen, besuchen Sie discovergenua.com, um Ihre Reise zu planen und die besten Familienhotels und B&Bs zu entdecken. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.